Heyo, willkommen zu einem anderen Video heute, dass ich nicht um Animationen drehe. Wer mich kennt, weiß, ich habe ein großes Problem mit Mystery Minis. Daher komme ich an diesen kleinen auch nicht vorbei, zumal ich auch die normalen Funko Pops sammle und selten auch mal animiere. Aber fangen wir jetzt mal an. Foxy sieht eigentlich ganz gut aus. What the fuck, was ist mit seinen Augen? Was haben die mit Cupcake gemacht? Wer hat Chica denn so geschminkt? Ich weiß nicht. Warum hast du den Augenlänger des Todes? Hey, neid mal Foxy. Ist überraschend gut. Und vor allem fehlt er mir noch ein Kurs. Ja, super lässt sich das stapeln. Hält ja wie Lego. Perfekte Arbeit, Funko. Joa. Freddy haben sie wieder ganz gut hingekriegt. Boni ist auch solide. Der Balloon Boy sieht dämlich aus wie jemand. Kann weg. Tschüss. Springtrap, finde ich, ist sehr gut gelungen. Gerade die Details für eine so kleine Figur sind sehr gut geworden. Nightmare Boni ist so gut geworden wie Springtrap. Sehr schön. Na ja, bei Chica fehlt der Auftrag. Klar ist so kleine Figur und so, aber ja. Und scheinbar kann man hier die Klappe abnehmen. Bei ihr war das zumindest locker. Was uns aber einen guten Blick auf die Figur gibt. Nightmare Freddy ist größtenteils wie die Vorgänger sehr gut geworden. Aber seine Zähne sehen ja noch so komisch aus. Na, der will wohl einer nicht. Jetzt aber. Komm her. Freddy sieht okay aus. Ein bisschen zu hell mit der Farbe. Und drüber wollen wir reden wir lieber nicht. Puh, Ballauer. Dieser Stil kommt deiner Figur nicht zugute. Oh je. Bei Foxy ist die Farbe auch viel zu dunkel. Abgesehen davon, dass ein Schwanz noch komplett rosa ist. Ihre Haare sind ziemlich nah am Kopf. Ich finde das irgendwie auch nicht so richtig gelungen. Hey, noch ein nett mehr Foxy. Aber immerhin sonst keine Doppelten. Mein Fazit ist, die Bitty Pops sind eine platzsparende Alternative zu den normalen. Aber es wird schnell teuer, wenn du alle arm wirst. Bis auf ein paar Details sind die meiner Meinung nach ganz okay. Aber bezüglich der Stapelmöglichkeiten bin ich nicht enttäuscht. Das hat Funk voll vergallt. Weit, Ende und aus.